PayPal, was ist PayPal? Wenn er nicht so gut lief mit Spy It, habe ich da PayPal drauf gepackt. Das ist ein Abklatsch von WorldEdit! Wir nehmen das Original WorldEdit! Ja. Das hat... Also alles lief super, aber... Also als Servergrundplattform oder was? Ja. Junge, was das Beste ist, dann läuft was das Beste. Dann musst du halt deinen Rahmen aufstocken. Du boll! Rage! Dann... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt in diesem... Warte mal. Lukas, ich guck mir drauf, wie viel der jetzt gerade verbraucht. 2 Gigabyte! Wir sind gerade in der Aufnahme. Nur so. Ja, ich kann nicht pfeifen. Oh Gott scheiße. Normalerweise müssten es mir sein. Lukas. Verschwinde! Der hat gerade eine Auslastung von 32 Prozent. Okay, Aufzug steht. Wir sind in Aufnahmesession. Tatsächlich. Was macht ihr denn gerade? Mach ich gleich. Ich arbeite noch. So. Lukas, ich habe gerade erstmal den Aufzug. Lass mich in Frieden. So. Ja. Kann der auch nach unten fahren, Mike? Komplett nach unten. Ja, ich mache da gleich mit bei dir, ne? Okay. Was nehmt ihr denn gerade auf? Also, unser Job ist es hier ein bisschen in die Fenster noch mal reinzuschlagen. Und da würde ich auch halt ein bisschen gefärbtes Glas auch reinnehmen. Die Folge läuft bei mir schon seit guten zwei Minuten. Und da hat dann auch das gehört. Ja. Gerne, Mike. Ja. Das wird... Redstone Hotel von, äh... Reddix aka Redstone Kind. Ja, im Weltall. Ich muss vielleicht erst mal den Kanal machen. Äh, soll ich dir das mal bedienen? Oder... Weil das ist eigentlich ein YouTuber Projekt schon wieder. Ja, ich habe den erstellt und einen Tag danach schon bekommen. Geil. Du müsstest dann... Weil du müsstest du halt, äh... 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 Ich habe jetzt die Xbox Gamer genommen, für Ausnahme. So, ich spiele jetzt gerade mal ein bisschen in der Konsole rum. Gleich, äh... Merkt man das jetzt gleich. Ja. Schau mal. So. Dann hau, hol den neuen Rechner. Das ist doch normal, oder nicht? Was soll das denn sonst für eine Folge sein? Ja. Meine... Also... Immer wenn meine Folge ist, ist nichts mehr in der Folge. Und warte mal. Ich bin doch nicht ehrenlos. Ich bin doch nicht ehrenlos. Warte mal. Wie viele World Edits habe ich jetzt hier drauf? Äh... Ja, gut. Danke dir. Danke dir, Crafting. Dann können wir alles halt machen. Ja. Okay, gut. Der Aufzug läuft. Schon mal. Ja? Also, äh... Crafting, du brauchst nicht die Fenster von machen. Ich hab so überlegt, hier... So... Nee. Nee, die konntest du lassen. Ich hätte aber sowieso... Hier so ein Ding... Warte, Moment. Man muss ja aber auf jeden Fall in der Struktur des Gebäudes... Ähm... Ja. Mike? Das man das halt eben so mitgespaut nicht will. Geh mal die Fenster an. Der komplett verschissen hat irgendwie... Ja, damals, ähm... Und, äh... Das hast du auch. Keine Ahnung. Okay. Ja, definitiv. Also, ich hätte hier... So. Machen wir das so eckig oder machen wir es rund? Also, was ich mir überlegt hab... Was ich mir jetzt so spontan überlege... Hier Spawnblocks hier noch rein zu klatschen. Ach so... Ah, schat mich... Gerade wieder... Und hier halt... Quarzpiller... Ich lieb das ja immer so, wenn Skype wieder abgeht wie sonst was... Ja... Jetzt ist es raus... Und da halt hier ein paar Bonn... Ich verwende es schon lange... Mit Skype! Ich... Thomas noch Skype?! Weil er über Teams genutzt ist das... Ah, naja... Das...n... Mike, meine Idee für Hunden... Man könnte es... äh... Nicht so... Warte, was? Ähm... Okay... Dass man hier auch noch ein paar Pflanzentutte rein stellt... Und hier solche... Art von Dingens macht... Und dann halt eventuell das nochmal... Ja, Lukas, schau dir das mal an... Wie sieht das aus... Wenn man da noch Licht oder so mit rein klatscht... Ja, ich klatsch jetzt noch Licht mit rein... Und hier halt das Ganze mit Bonn-Blocks macht, Jungs... Den Balkon... Äh... Wie? Ja... Ich zieh das auch gerade aus dem Augenwinkel... Ich such gerade Bonn-Blocks... Alter... Ich hab die... Mike... Licht... Nicht so... Ich hätte gesagt, man könnte... Äh... Folgendes... Ne... Also meine Idee wäre... Dass man das wirklich auch so ein bisschen... Mehr mit Tiefe arbeiten könnte... Dass wir hier halt eine Piller... Ähm... Eine Enderszeit-Piller halt... Äh... Dingens... Nicht Piller, sondern... Ähm... Wall hinsetzen... Oder Granite... Ähm... Die... Diorit... Nachdem ich mir diesen wunderschönen Command... Dass man das halt hier so hinsetzt... Und dann darunter Dingens packt... Lantern... Ja... Ich meine... Es halt außerhalb... Mir war der dann noch so... Und dann kann man das halt hier auch abschließen... Ja... Hier klatschst du hier schon Licht in die Etage rein... Äh... Mike... Ja... Und dann eventuell... Ich kann mit dem Debug-Stick nicht so klar werden... Komm... Es geht schon... Okay... Ja... Ich muss erst mal damit zurechtkommen... So in etwa... Ne... So... Na scheiße... Oh, Debug-Stick, den liebe ich... Äh... Im Moment gerade bin ich noch bei dem Gedanken... Oh Gott... Hab ich... Hab ich Neidwissen drin? Ja, hab ich... Moin Saschix, wie findest du das Ganze? Warum? Flash... äh... Give... P... Debug... Weil ich hier halt noch ein bisschen was... Jetzt bin ich wieder effektlos und äh... Persönlich... Aber wir sind wieder äh... Im Team mit Einhorn, ne? So... Ah... Ähm... So... Was hat wo geknallt? Was hat hier geknallt? Was hat hier geknallt? Der alte aus der 1.12... Oder? Ja, die ist noch aus Zeiten, wo die 1.12 hier drin war... Die, äh... Zusammen mit... Tom gemacht... Um... The Red Hacks zu entärgern... So... soll ich's mal starten? Ja... Ich starte mal... Was ist das? Lukas, klär mich auf! Ja... ähm... So, ich hab ein bisschen Kontur auch noch reingebracht... Wie findet ihr die? Ach... Ach... Die Dinge... Wir beschleunigen den ganzen Prozess mal ne Weile... Was ist das? Ja, das ist leider so... Ich hab die auch mal gesehen, aber das ist irgendwie komisch... Ich geh mal dahin... Aber die Commands außer 1.12 funktionieren nicht mehr in 1.14... Also, hier war... Tellroy at R... Äh... Text... Der Red Tag ist äh... Tom ist doof... Also, äh... Daniel sagt, Tom ist doof... Äh... Äh... Konversation... Der ist halt alt geworden... Und dann am Ende... Äh... Dingens getötet hat... Ich wollt... Magna... Übergeben... Quass... Nö, ne... RedCraft Halt... So, wei... Ne, also... Äh... RedStoneCraft... Gut... Auch mehr Aponenten, aber... Ich baue beim Aufzug weiter, ne? Beim Reds und I-Constant rum ich auch nicht so gut Ich habe hier jetzt eine Schöne in der Ferne gebaut Sie hatten nicht mehr Erfolg gehabt Und bald auch IMS-Bahn im letzten I-Constantantium Oh, was, was, wir direkt hier davor Stimmt, das sieht ja noch besser aus, genau Da war ja was, genau Da war noch etwas Mike, ich, nein, sorry, ich ändere was Ich ändere was, und zwar auf ein End-Portal-Frame Besser Okay, gut So sieht das also aus, okay, gut Ja, Mike, bingo Ähm Da hast du dir wirklich ein paar Designer reingeknallt Ich, ich, ich muss das ja auch noch kaputt machen Na gut So Muss man da jetzt wirklich YouTube haben Wer haut gerade Fensterscheiben kaputt? Ich Ich glaube, die Reds und Broadcast-Union muss man halt aufmachen Ja Ist aber und dämlich, wenn dann fünf Leute das aufnehmen Ja, das Ja, hä, warum soll ich da nicht mit drauf kommen? Ja Also wir machen das mehr im Abwechseln Ja, wir wollen alles dokumentiert haben Ja, wir wollen alles dokumentiert haben Genau Ne, einer ne, ich nehm grad auf Ja, warum kann ich jetzt noch nicht mitmachen, hey Ne, also das, also Ne, also das, also Wir machen das abwechselnd da auch Ja, ähm Ich muss auch auch, oder? Ich mach kurz Ja, aber jetzt ja noch nicht Aber wir können dich vielleicht zunächst ein bisschen einladen Ja, das reicht Obwohl, kannst du Ja, wir machen, äh Da haben wir uns halbete Prügel dummste Der Philipp, da haben wir uns halbete Prügelt Alter Siehst geil aus Ja, der kann ein bisschen im Design mitarbeiten Ja, was ich da grad gemacht hab mit dem T-Bucks Ding Was meinst du jetzt sehen? Weil das Design Was? Na ja, gut, so geil sieht's auch nicht aus, aber Kann man echt ein zusammenes Ding machen mit dem T-Bucks Ding Was sieht geil aus? Ja, das sieht auch geil aus, aber Wär ein bisschen Tack-Geh Ja, schon Wer schreibt hier grad was? Ja Also, ich muss auch noch mal ein bisschen aufs Handy gucken, dass ich Auch Uhrzeit Ja, okay Ja, 20 Uhr, Mann Soll ich diese Aufnahme dann Folge 4 nennen, oder? Ich mach jetzt gleich noch 2 Minuten Aufnahme, dann, äh, Crafting oder Ja, der Mic, wer, wer, wer möchte übernehmen? Ich würde sagen, dass eventuell, äh, Crafting oder... Ah, ja, ja Direkt jemand Jemand hat die Kommandstum geändert Oh, was ist denn da? Das ist eins, Philipp Ja, machen wir Folge, äh, Folge 4 halt Wo, wo müssen waren das, äh, äh, wie sie... Ähm, das würde man sehen Irgendwie nennen Ähm Bitte Nein Du kannst dich auch nie... Genau Mach das Ich fühl viel Spaß dabei Äh, was bedeutet das für ne Laterne? Ähm, ich reiß dann demnächst... Aufnahme... In meiner nächsten Aufnahme das IMS abbaut Äh, doch Was ich mach... Das Gebäude Design Das Gebäude Design Das Gebäude Design Ja, mach... Ach du Scheiße Was ist? Nein Das ist ja dann zu viel Noch besser, Mike Mach's noch besser Das geht noch höher Ach so Äh, alle vier Seiten Das wird noch gestackt Und mit unterirdischem Boca ETC Äh... So, jetzt bin ich hier unten Okay, dann ist es gut so Das wird noch gestackt Äh... Wenn du das nicht will, mach ich Das wird noch gestackt Ja... Ich weiß nicht, ob ich jetzt machen soll, ist das Ja... Aber... Schau mal ja... Also, ich würd sagen, wir machen fliegenden Wechsel Entscheidet euch, wer macht Crafting oder Mike Tschüss!